Es ist Dienstagabend und wir sind wieder zurück nach einer sehr, sehr spannenden Saison. Letzte Wochen habe ich meinen Rücktritt bekannt gegeben. Es ist sehr viel passiert seitdem, aber nicht nur bei mir, sondern auch bei Conny ist viel passiert. Liebe Conny, schönen Abend. Schön, dass du da bist. Ja, mich freut es wieder, dass wir wieder Dienstagabend bereit sind für eine neue Folge, was dahinter steckt. Was dahinter steckt? Der Podcast mit mir, Niki Schmidhofer. Und mit mir, Conny Hütter. Ihr wolltet schon immer mal wissen, was auf der Piste, im Skiraum oder unter uns Mädels besprochen wird? Diesen Winter geben wir einen Einblick hinter die Kulissen und lassen euch reinhören, was dahinter steckt. Unser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus. Als grünes Herz Österreichs und als unsere Heimat liegt uns die Steiermark ganz besonders am Herzen. Conny, was hast du gemacht die letzten Wochen? Weil der Fahrer ist ja voll Zugang bei uns, da war schon viel los. Bist du jetzt ein bisschen runtergekommen, warst du ein bisschen ruhiger oder was hast du am Plan gehabt? Ja, wir waren ja ein paar Tage in Barcelona und haben uns in Barcelona noch angeschaut, weil wenn wir unterwegs sind und meistens ist es so, dass Flughafen, Skigebiet, Flughafen haben. Und beim Finale hat mir ja keinen Stress, dass man eben wieder heimkommt und regeneriert, sondern wollen wir ein paar Tage Barcelona anschauen und dann am Sonntag habe ich den Empfang in meiner Heimatgemeinde gehabt. Und da warst du auch dabei, was mich voll gefreut hat, auch mit der Götzschel Renate ehemalige Kolleginnen dabei zu haben und die ganze Gemeinde, Freunde, Bekannte, Familie. Es war wirklich sehr, sehr schön und es war sehr heftig, weil danach war ich krank. Und das war echt ein großartiger Empfang, es waren so viele Leute. Aber irgendwann hast du das vergessen, nicht irgendwann, sondern die Steine, die hast du vergessen, die waren auch da. Die haben mich nämlich überrascht, wie ich bin ins Gemeindeamt und auf einmal sind die Steinkagler vor mir gestanden, wie cool war das, bitte. Ja, ich habe selber nichts davon gewusst und sie sind gekommen und sie haben das mit meinem Papa ausgemacht und sie haben zuerst nachgefragt, ist das blöd, wenn wir auch gratulieren können und der Papa hat gesagt, na bitte kommt, sie freut sich irrsinnig und nicht nur ich habe mich gefreut, das haben sich alle gefreut und es war so nett und herzlich und sehr musikalisch und mich gefreut sich irrsinnig eben, dass die Steine sich nochmal, wie soll ich mal sagen, als ihre Musikinstrumente wieder aus der Ecke rausgeholt haben und dass sie ein bisschen aufgespielt haben. Ja, es ist wirklich ein großes Privileg, weil die spielen eigentlich gar nicht mehr oder nur ganz, ganz selten, also das ist ja wirklich was Besonderes gewesen und die haben ein Lied für die umgeschrieben. Gibt es da irgendwo eine Aufnahme davon, hast du das irgendwo, damit wir das unseren Hörerinnen und Hörern irgendwann einmal vorstellen können? Ja, ich habe natürlich ein Video gemacht und auch ganz viele andere und sie haben Steirer Men are very good oder Steirer Men sind very good, haben es umdichtet oder umgeschrieben, Steirer. Steirer Girl, oder? Warte mal. Also es wäre super, wenn du das dann nochmal auf Instagram stellen würdest, dass wir das auch halt hören würden alle zusammen nochmal. Das wäre echt cool und das hören würde. Und der Text ist auch sehr gut, weil die hoffen noch immer, dass du dann Steirer bohr angelst. Ja, es war voll cool. Also sie haben richtig improvisiert und ich habe es gar nicht klappt. Es war wirklich, wirklich cool. Ja, das waren die Steirers mit dem neuen Superhit, die Conny ist very good. Überall nicht. Bis nach Hollywood, das reicht. Kannst du am Blockbuster noch ein paar teilnehmen. Ich glaube, auf der Piste bin ich besser als vor der Kamera als Spielfilm-Agentin oder irgendwas. Also ich bin dafür, dass wir da mal Abstimmung machen wollen. Wofür kennst du dir auch perfekt aus? Nein, Kampf. Bist du ja vorbereitet für alles. Gute Voraussetzungen. Ja. Das lassen wir jetzt einmal so stehen. Ja, und leider hast du jetzt den großen Saisonabschluss versammt, oder? Die österreichischen Meisterschaften, weil du gar nicht gehörst. Es war geplant gewesen, dass ich in Super-G fahre, der war, was heim in Hinterstoder war. Also hätte ich von daheim auch nicht weit gehabt und war auch früh motiviert gewesen. Und am Dienstag am Abend habe ich schon gemerkt, ein bisschen Kopfhör, ein bisschen komisch, es taugt mir nicht. Und dann ab Mittwoch bin ich eben im Bett gelegen. Also ich glaube, die Hollywood-Karriere ist nichts für mich, weil das Feiern heute definitiv nicht aus. Was steht noch so in der nächsten Zeit? Ski testen? Gehst du noch mal irgendwas an? Nein, ich werde eigentlich nicht mehr viel Tage auf die Ski verbringen. Ich werde noch die Europameisterschaft im Riesentorlauf bei der Polizei, also die Exekutivmeisterschaften, mitfahren. Das wird mein Saisonabschluss für mich. Und dann werde ich nicht mehr viel Tage auf die Ski verbringen, weil ich mir einfach gesagt habe, dass ich körperlich wieder fit werden will, weil ich einfach zum Schluss schon gemerkt habe, dass meine Knie nicht mehr so mitspülen. Und da möchte ich mich einfach perfekt auf nächstes Jahr vorbereiten. Und ich glaube, da bringt jetzt eigentlich nicht mehr viel bei nicht so guten Bedienungen irgendwie was zum Testen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch keinen Kopf mehr dafür. Bist Kopfmiert? Ja, alles miteinander. Ich bin die erste Saison wieder durchgefahren nach fast vier Jahren. Und ich habe richtig gemerkt, dass mir das extrem viel Substanz, ja, mentale Substanz gekostet hat. Weil bis zum Schluss habe ich halt einen extremen Druck gehabt. Und ja, den war ich halt auch nicht mehr so gewohnt. Und das ist jetzt alles einmal abgefallen von mir. Und es war in dem Moment irrsinnig schön. Aber im Nachhinein habe ich jetzt einfach gemerkt, ja, es war einfach anstrengend. Und es war jetzt nicht mehr so selbstverständlich wie mit zwei, drei, zwanzig. Und deswegen mache ich die Saison gesund mit den Emotionen, die ich gehabt habe, ausgegangen lassen. Und nicht irgendwo noch was umatesten, was ich im Vorhinein wahrscheinlich für mich schon sage, es bringt ja nichts mehr. Ja, wenn man so überzeugt ist davon, dann braucht man es, glaube ich, nicht. Und es war, wie du sagst, eine wahnsinnig gute Saison. Eine Medaille geholt, bis zum Schluss um die Kugel gefahren. Da freue ich mich schon auf die nächste Saison. Apropos nächste Saison. Es wird ja einiges gemunkelt, einiges geredet. Und ein Teil davon ist schon offiziell. Letztes Jahr ist das Ganze losgegangen mit einem Trainerkarussell, wo vielleicht nicht ganz so funktioniert hat, was da gemacht worden ist. Und jetzt hat es heute einmal richtig Schwung gekriegt. Was hältst du davon? Was erwartest du dir nächstes Jahr für die Trainer? Und weißt du schon ein bisschen mehr, was Gruppenzusammenstellungen und Trainer betrifft? Ja, das Trainerkarussell hat natürlich Fahrt aufgenommen. Und wie du schon gesagt hast, und wie wir es letztes Jahr eigentlich hautnah miterlebt haben. Und wie ich es heuer schon in vielen Interviews gesagt habe, natürlich, man muss sich halt immer recht diplomatisch verhalten, wenn man in dem System drinnen ist. Natürlich, wir wollen ja nicht irgendwie alles kritisieren oder wir wollen jetzt nicht dastehen und sagen, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Weil im Prinzip als Athlet im Winter hast du andere Sachen zum Denken und nicht irgendwie über Sachen zum Aufregen beziehungsweise irgendwelche Wortgefechte über die Medien zum Spielen. Das finde ich nicht richtig, aber wie du eben gesagt hast, letztes Jahr hat sich viel zum Drehen angefangen. Sicher nicht alles zum Positiven, aber wir haben das schon im Vorhinein eben auch gesagt und kommuniziert dann in der Saison. Und ja, das Ganze ist nachher jetzt nicht mehr zum Aufhalten gekommen und zum Schluss ist es nachher explodiert. Klingt jetzt, glaube ich, wild. Aber ich glaube auch, weil sehr viel über die Medien kommuniziert worden ist. Also es war mein Gefühl. Ich glaube, dass man vieles intern lassen hätte können und da vielleicht die Aufregung nicht ganz so groß gewesen wäre, wenn das nicht, glaube ich, über die Medien gegangen wäre seit Weihnachten. Weil es hat davor gleich viele Sachen gegeben, was uns nicht getaugt haben, wie während der Saison. Nur haben wir das intern versucht zu lösen und auf einmal ist das Ganze medial breit getreten worden und wir sind die ganze Zeit darauf angeredet worden. Ich finde, dass das einfach ungünstig gelaufen ist. Aber jetzt im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, dass jetzt einfach wirklich Veränderungen gekommen sind. Ja, und die Veränderungen, die müssen ganz klar kommen, weil wir haben das eben Anfang der Saison schon angesprochen, dass eben mit einer Speedgruppe zum Trainieren mehr als zehn Leute schwierig ist. Man ist nicht flexibel, man ist nicht individuell und die Trainingsmöglichkeiten sind auch oft sehr schwer zum Herbringen. Natürlich, das Wetter hat heuer nicht oft mitgespielt, dass man sagt, man hat jetzt wirklich in Europa wieder ein gutes Training. Also es waren viele Faktoren, die im Endeffekt noch im Endeffekt zu einem Worst Case gekommen sind und was nachher einfach alle umzifft hat. Darum, ich glaube, eben, dass sich auf nächstes Jahr, hat man ja schon gesehen, der Asso, der Assinger Roland, kommt wieder zurück, als Damenchef kennen wir auf der Speedseiten gut, weil er uns von 2012 bis 2019 zuerst als Co-Trainer und dann als Gruppenchef begleitet hat. Ja, und ich habe echt lachen müssen, wie es dann endlich offiziell war, weil gemunkelt wurde lange. Reden haben wir auch schon viele davon, kommt er wieder, kommt er nicht. Ich habe vorher schon kurz gedacht, er kommt. Es hat ja schon angefangen, vor der WM, oder? Dass sie zum Reden angefangen haben, dass er kommen könnte. Das war halt schon lang. Und er war ganz, ganz schwer erreichbar, wie ich ihn einmal probiert habe anrufen, muss ich auch sagen. Und das ist auch eher ungewöhnlich, aber lieber als jemand nicht erreichbar ist, wie er drückt um und sagt er nicht die Wahrheit. Und ich glaube, dass das viel schwer ist, weil viele gemunkelt haben von uns und dann hat natürlich gleich mal jeder nachgefragt, kommst du jetzt zurück oder nicht? Und es ist wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, dass es eine Riesenentscheidung ist. Er war jetzt drei Jahre in Davos in der Schule, hat er einen voll taug, was wir gehört haben, die letzten Male, wo ich mit ihm telefoniert habe. Und da mein Teamchef ist ja dann doch noch einmal ein bisschen eine größere Herausforderung. Du musst halt nicht nur auf deine Gruppen schauen, was er die letzten Jahre ihm gemacht hat, oder auf die sechs, sieben Dirndln, sondern wirklich von Slalom, also Spezial-Slalom-Liferinnen, die Technikerinnen, die was Kombi fahren, die was immer hin und her switchen zwischen Speed und Technik und dann auf uns reine Speedlerinnen. Also ich glaube schon, dass das eine große Herausforderung ist, aber ich glaube, dass da auch so organisatorisch sehr gut drauf ist. Und ich glaube, dass du das in der Position gut managen musst. Ich glaube auch, dass das im Vordergrund stehen muss und Kommunikation, das heißt mit den Mädels reden, was ist gewünscht, was funktioniert gut, was hat nicht funktioniert, dass er daraus lernt. Und ich habe auch schon das Vergnügen gehabt, dass ich mit ihm telefonieren habe durfte, die letzten Tage. Und er hat gesagt, weißt du Schmidi, was mir am meisten taugt, dass ich jetzt drei Jahre nicht da war und ich komplett ohne Druck, ohne vorangenommen sein, den Job angehen kann. Und ich weiß, wie wir damals telefoniert haben, wie ein neuer Chef war bei uns, das war ja auch nicht so geplant. Da war er brutal enttäuscht und bei uns einige, dass er näher ist. Aber irgendwo hat das so sein müssen, wie es jetzt war, weil sonst wäre er jetzt wahrscheinlich nicht in der Position, wo er sich jetzt befindet, seit ein paar Tagen. Außer dem System, ausgegriffen zu werden, ist natürlich in dem Moment sicher schwer. Aber wie du gesagt hast, dass er da neue Erfahrungen sammeln hat können die letzten drei Jahre und eben ohne irgendwie voreingenommen zu sein, das jetzt da zu machen, ist sicher cool. Und ich glaube, der Asso ist auch so ein Typ, er lässt sich nicht viel beeinflussen. Es ist halt immer schwierig, wenn du in dem System drinnen bist und wenn du die ganzen Trainer, die Besetzungen, du musst mit gewissen, sagen wir so, Sachen, die abfinden. Aber ich glaube, der Asso ist nicht so der Typ, dass er sich sagt, mit dem lasse ich mich abfinden, sondern ich mache und ich ziehe meinen Plan und mein System durch. Da werden wir anecken und es werden sicher wieder Sachen sein, was zum Ausdiskutieren sind. Aber wie du sagst, wenn die Kommunikation stimmt und wenn man sich das intern ausredet, dann ist das sicher ein cooler Startschuss und ein perfekter Neuanfang in die neue Saison. Ich bin gespannt, weil die Gruppe wird ja kleiner, wie wir schon gehört haben, von 10 auf 6 oder 7. Ich weiß jetzt auch nicht genau. Man darf nicht vergessen, was Außenstehende wahrscheinlich oft nicht wissen, bei uns ist sehr viel das Thema Serviceleute. Das heißt, jeder Service muss eigentlich zwei Athletinnen betreuen. Ein Athlet, ein Service muss eher selten mittlerweile, weil es sich einfach nicht ausgeht, weil es auch gar nicht so viele gute Serviceleute gibt und meistens, wenn du zu zweit auf der gleichen Marke bist, so wie du und die Steffi, ist das ja ein Vorteil für alle, weil du einfach viel mehr Ski aufs Schnee kriegst, das Material viel schneller und mehr testen kannst und auch bei einer Gruppenzusammenstellung ist das immer wieder Thema, dass das auf einen Service mal herpasst. Also das ist oft einmal echt ein bisschen eine Challenge, dass du da alles um den Hut kriegst, was man da so braucht. Also du willst die Besten irgendwo beieinander haben, dann sollten die Serviceleute noch zusammenpassen, dann soll das Trainersystem alles passen und das auch noch bei Abfahrer, Techniker, dann so wie du schon gesagt hast, die Kombinierer, die was hin und her switchen. Also das, ja, mega Herausforderung. Ich bin gespannt, wie er das meistern wird. Auf jeden Fall und das Nächste, was ich natürlich gespannt bin, der Asso Wismar, der wird jetzt das vor oben herbesetzen, aber dann geht es eben mit den Gruppentrainer, mit den Gruppenchefs, mit den Co-Trainer weiter und wie gesagt, es ist jetzt nicht nur eine Gruppe, das sind vier Gruppen, werden wir wahrscheinlich sein, weil man muss bedenken, Slalom, Riesentorlauf, Technikerinnen und bei uns Speedlerinnen gibt es nächstes Jahr vom Europacup eben Fixplätze. Also im Weltcup hat man eine Startberechtigung im Speed von neun Athletinnen. Dazu kommen eben die Startplätze, die vom Europacup fix erreicht worden sind mit den Disziplin-Unwertungen eins bis drei. Also die, die im Europacup am Ende der Saison unter den ersten drei waren, haben nächstes Jahr die Startberechtigung für die ganze Saison für die Disziplin. Das ist nicht der Startplatz fürs Land, sondern das ist wirklich für die Person. Und zum Beispiel die Nadine, die Festnadine, hat sie im Gesamt-Europacup geholt und die hat nächstes Jahr die Startberechtigungen in alle Disziplinen. Und das ist was Besonderes, möchte ich sagen. Weil ein Gesamt-Europacup sieht, den muss man sich einmal holen. Das ist richtig cool. Ich glaube, dass es besser ist oder leichter ist, weil es viel mehr Startplätze in die Speed-Bewerbe gibt, aber andererseits auch schwieriger, weil extrem viele Leute sind. Also wir können jetzt nur vom Speed-Bereich reden. Und darum brauchen wir, glaube ich, nächstes Jahr sicher zwei Gruppen. Wenn wir das aufrechnen, jetzt haben wir, ich glaube, Opferd und Super-G haben es überall 1, 2, 3 gemacht, die Mädels. Das heißt, die 9 Plätze, die sie fix sind, plus 3 dazu, sind 12. Plus die Nadine, die darf auch nochmal zusätzlich starten, weil sie überall den Startplätze sind. Das sind eigentlich, sage und schreibe, 13 Startplätze. Da hätten wir heuer gar nie eine Quali fahren brauchen oder vergangenen Saison. Das ist irre, so viele dürfen da starten, weil in der vergangenen Saison haben wir nur im Super-G 10 Plätze gehabt und in der, nein, in der Opferd haben wir 10 gehabt und im Super-G haben wir 11 gehabt. Also das ist schon ein mega Privileg und jetzt muss man sich denken, jetzt haben viele deinen Fixplatz geholt, ein paar haben aufgekehrt. Also eigentlich hast du jetzt eine mega Chance in der nächsten Saison als junge Athletin die Chance zu bekommen, im Workout am Start zu sein und dort aufzuzeigen. Ja, das hoffen wir natürlich alle, dass die Jungen, die das nachkommen, das ausnutzen und dass wir die ganzen Startplätze gerecht werden, dass wir die Gruppen richtig cool aufteilen, dass sie es erstens einmal mit, dem Service ausgeht, dass wir da alle super versorgt sind, dass wir noch an die Trainer richtig aufgesteckt kriegen und dass wir voll motiviert wieder in die nächste Saison gehen und dass im Vorhinein alles geklärt ist, dass nichts mehr im Weg steht fürs Konditraining und dann wieder fürs Skifahren. Ja, das wünsche ich euch und ich drücke euch die Daumen, dass das alles so funktioniert. Ich rede immer von Via Schmid. Ich bin noch gar nicht bereit, dass du nächstes Jahr nicht dabei bist, weil ich weiß noch, wie gesagt, ich rede da immer von Via. Ich weiß, du bist näher mehr dabei, aber ich muss trotzdem, ich brauche noch ein bisschen Eingewöhnungsphase. Ja, für mich ist es echt schwierig, weil ich war bei den österreichischen Meisterschaften am Donnerstag zuschauen und ich habe mich natürlich auch mit den Tränen unterhalten, weil es mir einfach noch einmal wichtig war, für mich persönlich als Abschluss mit einer zu reden, was ich gut gefunden habe, was ich nicht so gut gefunden habe. und dann hat der Herbert auch gesagt, du sagst immer Via. Dann sage ich, das tut mir leid, ich kann noch nicht anders, das ist noch meine Gruppen und Via und wir Mädels und so, aber schön langsam probiere ich mich zum Umgewöhnen, weil es ist einfach so, wie es ist und es ist gut so, wie es ist. Haben Sie nicht angeboten, einen Trainerjob zu machen, wenn es jetzt so rund geht überall und dass wir einfach sehr qualifiziert hochwertige Trainer und auch Trainerinnen suchen? Ja, hat mich dann schon angefragt, weil ich habe mein Rennen angeschaut und dann hat er gesagt, Niki, kannst du dir das nicht vorstellen, da oben stehen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, für das bin ich gerade nicht bereit im Nachwuchsbereich, weil ich habe da fast drei Mal einen Herzinfarkt gekriegt und dann haben alle gesagt, was heißt? Und dann sage ich, in Gottes Willen, ich habe schon geglaubt, das Dirndl kommt nicht runter. Und sie so, nein, nein, das ist ganz normal und die haben mir gedacht, ey, das halten meine Nerven nicht aus, ich bin das nicht gewohnt und nein, in dem Bereich kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Was ich mir eher vorstellen könnte, ist, so wie wir es mit der Renate einmal gehabt haben, dass die Renate einmal mit war in Cordina und so könnte ich es mir vorstellen, wenn junge Athleten auf ein Opfer kommen, wo ich mich einfach gut auskennen will, Zauernsee, Garmisch, Cordina, dass du sagst, du gehst mit denen besichtigen und redest das durch und schaust da gewisse Passagen an, wenn sie Fragen sind, einfach wer neben ist, weil oft ist es so, wenn du irgendwo noch gar nicht weißt, dass es ganz gut ist, weil von Trainer zu Trainer halt doch oft um ein paar Tage dazwischen sind, wenn du wen zum reden hast, das kann ich mir gut vorstellen, aber fix das ganze Jahr unterwegs zu sein, ist definitiv einmal kein Thema, kann ich mir auch nicht vorstellen jetzt. Mit ein bisschen an Abstand gesehen, vielleicht dann in ein paar Jahren mal, aber ich glaube, dass das sicher eine coole Idee ist, weil ich kann mich erinnern, wie wir die ersten Jahre auf die Abfahrten gekommen sind und da war halt ein Geländeübergang und wir haben halt nach euch ältere gefragt, wo geht es denn noch weiter, weil du bist einfach so planlos, du fühlst dich fast ein bisschen verloren und dir fehlt auch die Orientierung. Ja, dem Fernsehen schaut alles anders aus, also auch wenn man am Vortag das Video nochmal anschaut, was man meistens macht mit den Trainern, der zeigt, der Abfahrt und dann hat ein Fernsehvideo mit der Realität relativ wenig zu tun und ich kann mir schon vorstellen, dass das manchmal ganz hilfreich ist, wenn du junge Mädels vom Europa Cup im WCup einsetzt, dass du dann einmal zusätzlich mithast. Also mir hat das damals mit der Renate viel Tag, da bin ich aber schon einige Jahre im WCup gefahren und die Renate habe ich dann gebeten, mit mir auf das Video zu schauen und dann hat sie gesagt, wieso fährst du da nicht Hockey und da nicht Hockey und das geht und da kannst du in Position fahren und das geht viel besser und ich weiß nicht wie viele Sachen und das nimmt man am Ende des Tages mehr an, aus wie vor dem Trainer witzigerweise. Ich meine, hat die da über 10 Mal da runtergekommen und ich weiß wovon sie redet, dann kann man da Hockey fahren, wo ich sage, dass man Hockey fährt und wenn man das frech fahren kann, dann weiß die das, dass man das frech fahren kann. Das ist einfach anders, finde ich. Also vielleicht auch mal Gedanken machen und ein bisschen die ehemaligen Skirenn-Liferinnen und Skirenn-Lifer vielleicht auch mit einbeziehen und mit denen auf Trainerpositionen irgendwie besetzen, weil wir haben das beim Flo, bei unserem ehemaligen Gruppenchef und heuer muss man sagen ehemaligen Co-Trainer, der uns leider verlassen hat in der Gruppe. Dort war es auch immer extrem oder was mir extrem wichtig war, der hat ein gewisses Gefühl gehabt als Trainer und mir das zu vermitteln, dass ich das als Respekt für ihn annehme, aber trotzdem auch noch die lockere Athletenart, wo ich mir denke, okay, ich fühle mich da jetzt verstanden in dem Moment und das finde ich halt das auch wichtig, für einen guten Trainer, dass da die Kombination besteht und es ist nicht immer so leicht, dass man so einen wieder findet. Wir haben da eh oft geredet, wir haben oft das Gefühl gehabt, der hat einfach die Linie noch ganz anders im Kopf, also wirklich, wie der bei uns Trainer war, da waren noch so viele Rennlifer in sich, darum war das eigentlich echt cool zum Arbeiten bis jetzt, also vom ersten Tag weg, der war einfach auch noch Athlet und nicht nur Trainer, der war einfach so nach und draußen noch. Das ist, glaube ich, im Workcup-Niveau sicher wichtig, im Europacup muss sicher andere Schwerpunkte noch setzen, aber ich glaube, bei uns, oder mir persönlich, glaube ich, ist der Weg, da irgendwie anzufangen mit einer Trainer-Läufer- Beziehung, keine Ahnung, wie man es nennen will, wo man einfach miteinander arbeitet, ist schon wichtig und da gehört schon ein Vertrauen her, wenn man mit 130 da runterfährt und sagt, der sagt, ja, das geht einen Meter enger und das geht gerade und das zieht sich jetzt voll durch, da muss schon ein Vertrauen da sein, weil sonst funktioniert gar nichts. Das ist aber das, was dann am Ende des Tages ausmacht, wo man Rennen gewinnt oder Rennen verliert. Man sieht es oft von außen gar nicht, zwischen man ist über eine Welle oder einen Sprung drüber gefahren oder man ist voll drüber gefahren mit voller Überzeugung, also das ist gerne mal so ein gerne mit zwei, drei Zehntel, was man von außen so gar nicht sieht, aber die Überzeugung allein macht schon sehr, sehr viel aus, muss man sagen. Nichtsdestotrotz, obwohl wir uns wirklich jetzt Gedanken machen, schon über den Winter kommt man vor, wir müssen auch ein bisschen abschalten. Schmini, wie schauen deine nächsten Wochen aus, abseits von der Rennbiste? Sie sind bummvoll, also mein Haus sehe ich selten. Bummvoll oder Bummzur? Hallo, 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 Bummvoll. Bummzur geht in meinen Eltern nicht mehr, das halt ich nicht mehr aus, weil da bin ich dann auch wochenkrank. Also ich weiß nicht, warum du ein wochenkrank warst, aber ja. viel zu tun, Gott sei Dank, ich darf am Mittwoch in die Firma fahren, zur Firma Fischer und am Donnerstag darf ich in Wien sein, mit dir gemeinsam, bei einem großen Event, und zwar beim Steiermarkfrühling und ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon gesagt habe, aber liebe Kondi, du darfst den Bier anstich machen. Habe ich mittlerweile Übung und den ersten, was ich in meinem Leben gemacht habe, war in Kumburg und im zweiten mache ich dann in Wien. Extreme Ehre. Hat der hingehaut in Kumburg? Ihr habt es dann leider nicht gesehen. Ja, und wir haben nichts verschwendet, das ist glaube ich das Wichtigste von einem Bieranstich, oder? Ja, dann hast du mir viel voraus, weil ich habe letztes Jahr Vierer gemacht und kein einziger hat richtig funktioniert. Entweder ist es oben rausgesprudelt oder es ist nichts rausgekommen oder es ist auf der Seite rausgekommen. Also Glückwunsch, du hast es drauf, damit hast du dich qualifiziert, das am Donnerstag auch zu machen, bitte. Und wer Lust und Laune hat dabei zu sein, 11 Uhr, Rathausplatz in Wien, Steiermarkfrühling, kann ich dies und dort. Autogrammkarten, hast du mit? Ich habe Nörmerfühl, also was kann ich machen, bitte schnell sein und sonst Foto machen wir immer gern, wenn es keine Autogrammkarten mehr gibt. Das klingt nach einem Plan. Was steht bei dir die Woche? Ja, Donnerstag natürlich auch einen coolen Tag in Wien verbringen und dann muss ich sagen, dann nehme ich mir ein paar Tage Auszeit. Wir haben Freunde, Bekannte in Istanbul, die, was wir glaube ich schon seit vier Jahren, fünf Jahren so, wir gehen sie besuchen oder wir fliegen runter und besuchen sie, gehen da ein bisschen weit. Ein bisschen weit, ja. Und das habe ich jetzt mit meiner Schwester und mit ihrer Family ausgemacht, dass wir da runterfliegen, ein paar Tage Istanbul mit ihnen anschauen, dann wieder nach Hause, Ostern feiern, gemütlich zu Hause und dann sehen wir uns aber eh schon wieder auf der Piste. Ja, aber was das genau ist, das erzählen wir das nächste Mal. Weil alles dürfen wir jetzt nicht erzählen, sonst braucht ja keiner mehr in Schweden. Genau, also bleibst dran, wir haben noch viele spannende Themen, uns fällt immer was ein und langweilig wird es uns nicht. Und ansonsten könnt ihr uns noch immer eine E-Mail schreiben, über was ihr Bescheid wissen wollt. Jetzt habe ich noch was. Gestern, gell, bin ich mit dem Auto gefahren und es hat geregnet. Und kennst du die Überkopfwegweiser auf die Autobahnen in Österreich? Ja, in der Bäu ist sogar ein Radar drinnen. Ja. Es hat geregnet. Was erwartest du dir, was dann am Überkopfwegweiser steht? Es hat richtig geregnet. Was erwartest du, was dann da oben steht? Langsam fahren wegen Regen. So irgendwas. Weißt du, wo es gestanden ist? Nein. Nässe. Okay. Das war nicht Nässe. Das ist schon fast geschwommen. Das war kurz vor Aquarplaning. Und da ist gestanden, Nässe. Einfach so. Wie gibt es jetzt auf Dase? Weil mich das gestern sowas von gelehrt hat, dass man so einen Scheiß drüber schreiben kann. Und ich muss das jetzt so loswerden. Okay. Und ich denke mir so, jetzt stell dir vor, du kommst von, du bist Ausländer, kannst dich gar so gut Deutsch und dann erwartest du, dass da einfach ein Auto mit den Dingspuren drauf ist, dass man sagt, ja, Aquarplaning oder Rutschig, oder Achtung Zeichen. Dann steht da Nässe. Welcher Ausländer weiß, was Nässe heißt? Ich glaube nicht viel. Aber ich muss sagen, ich habe mich mit den Themen auch noch nicht so richtig beschäftigt. Aber natürlich, wenn das jetzt dir am Herzen gelingen ist, dann schauen wir natürlich auch, dass wir Kummerbewältigung mit dir machen und was dir anzipft und psychisch dir Sorgen bereitet. Und deswegen... Bereitet mir Sorgen, dass da Nässe umsteht. Wenn er eh schon fast auch vor Planning ist. Gott sei Dank ist nichts passiert. Und wir werden einfach eine E-Mail hinschreiben, dass da Alter, da ist nass hinschreiben sollen. Regen, Achtung, irgendwas, aber nicht Nässe. Hast du schon mal gesehen? Ich habe es noch nicht gesehen. Aber was mich mehr anzipft, wenn da steht Nebel und es ist nicht einmal neblig. Ja, weil es ist bitter, wenn sie schreiben, wir sind Nebel und du siehst es nicht. Ein Nebel siehst man. Also da musst du dich doch auch fragen, was soll ich da schaust? Weil, keine Ahnung. Viele Themen, viele Fragen. Gott sei Dank ist es nicht unsere letzte Folge. Ja, weil sonst hätten wir jetzt einen Cliffhanger machen müssen. Machen wir nicht. Wir hören uns nächste Woche. In diesem Sinne. Tschüss. Pussi. Baba. Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity. Pussi. 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 Pussi.